Es gibt kein Mindestalter, auf das man warten muss, um Unternehmer zu werden. Ich glaube, das bilden sich oder reden sich immer noch viele ein. Ich bin noch jung und ich muss noch nicht und ich studiere jetzt mal und ich mache erst mal Party. Ambitionen, dranbleiben, Biss haben. Also ich glaube, das sind so Eigenschaften einfach, die dich dahin bringen können, irgendwann mal selber zu gründen oder auch einfach mit Unternehmergeist in Corporate, also in Unternehmen zu arbeiten. Irgendwie auf Schule und Uni und Dozenten hoffen und warten, sondern selber Gas geben, dir selber Dinge beibringen und eben YouTube, Instagram, Google, Wikipedia und Co. als die Quellen für Wissen anzapfen. Das ist das A und O, Menschen um sich zu haben, von denen man aus Erfahrung lernen kann, die man aber auch in Konfliktsituationen fragen kann. Hey, wie gehe ich damit um? Weil das kann dir Google sagen, aber das ist was anderes, wenn du es persönlich mitbekommst. Herzlich willkommen bei Learnings, einem Podcast von Orange bei Handelsblatt mit Joana-Marie Stolz, Tobias Kargol und Philipp Böndel. Herzlich willkommen bei Folge 79 von Learnings, eurem von Orange bei Handelsblatt präsentierten Lieblingskarriere-Podcast am Mittwochmorgen. Hallo zusammen. Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du auch wieder am Start bist, Joana. Tobias lässt uns ja hängen. Ja, was ist da los? Unglaublich. Zwei Folgen hintereinander, nimmt sich der junge Mann frei. Voll okay. Läuft bei ihm, würde ich sagen. Ja, und ich hatte ja auch so ein paar Folgen frei und ich habe es dir schon letzte Woche gesagt. Wir sind hier letzte Woche einfach so eingestiegen und haben diese wahnsinnig tollen Hörer und Hörerinnen, die so mitgefiebert haben, mit mir ja auch und meinem riesengroßen Bauch und ich habe überhaupt gar nichts dazu gesagt. Unglaublich. Von daher ein Satz. Ich habe einen wunderbaren, gesunden Sohn zur Welt gebracht Ende September. Und ja, für alle, die irgendwie da draußen mitgefiebert haben, uns geht es gut. Und nein, ich bin auch keine super Mom, die konsequent jede Woche einen Podcast aufgenommen hat, sondern wir haben vorproduziert. Also ich möchte dieses Klischee nur kurz mal aufräumen, dass ich eine Woche nach Entbindung schon irgendwelche Champagnerfolgen oder so mache. Was man dir ja durchaus zutrauen könnte. Richtig, aber das ist auch ganz wichtig, das glaube ich zu sagen. Nein, die Zeit gehörte in den letzten drei Monaten meinem Sohn und auch immer noch. Und jetzt komme ich so langsam zurück ins Game. So ganz langsam. Genau. Herzlichen Glückwunsch. Wir dürfen dich ja schon ein paar Tage, wenn nicht gar Wochen beobachten in deiner Mama-Rolle. Ja. Steht dir auf jeden Fall. Danke. Ja, richtig cool. Darüber wollen wir heute aber nicht in Gänze oder ausführlich sprechen, sondern das nur am Rande. Ich habe tatsächlich den Kollegen Tarek Müller heute mitgebracht, denn Tarek ist bei uns wieder auf den Radar gekommen. Klammer auf, er war natürlich nie weg, Klammer zu. Aber jetzt hat er kürzlich eine neue Plattform ins Leben gerufen. Why Not? Ein Ausflug von About You in die Welt der Hip-Hop-Kultur. Und diese Plattform Why Not? Beziehungsweise About You hat tatsächlich auch in eine der aufstrebendsten deutschen Street-Fashion-Brands investiert, nämlich 6PM. Hat uns alle sehr, sehr gefreut. Mit alle meine ich uns Menschen mit Bart und Hoodie in der Hip-Hop-Kultur, weil das wirklich ein tolles Zeichen ist von einem so erfolgreichen Unternehmer, aber auch von einer so erfolgreichen Plattform, da diesen Schritt zu gehen und die Kultur zu enablen und ihr Dinge zu ermöglichen. Und das fanden wir besonders gut. Es ist jetzt nicht so, dass 6PM nur noch und ausschließlich bei About You verfügbar ist oder erhältlich ist. Ganz im Gegenteil, ich glaube 6PM wird gar nicht dort verfügbar sein, sondern About You hilft ausschließlich hinter den Kulissen. Also Distribution, das ganze Thema Fulfillment, aber auch Internationalisierung und so weiter und so fort. Das heißt, About You hilft mit seinen Mitteln einer jungen, aufstrebenden Street-Fashion-Brand aus der Hip-Hop-Kultur dabei aufs nächste Level zu kommen. Grund genug, das heute jetzt auch nochmal hier mit in den Podcast zu nehmen und über Tarek Müller zu sprechen, denn Tarek hat tatsächlich eine sehr außergewöhnliche Unternehmer-Karriere und Laufbahn eingeschlagen und ich glaube, da können wir alle wieder ein Stück von lernen. Aber bevor wir zu Tarek kommen, natürlich noch der Hinweis auf unsere lieben Freunde von ZipGate und da im Besonderen mal wieder der Hinweis auf die liebe Pia, die uns natürlich auch heute ein kleines Work-Hack, ein kleines Mitbringsel aus dem Leben von ZipGate mitgebracht hat und wir schalten mal rüber in das Gespräch, das sie mit Tobias geführt hat. Das weltberühmte Buch, über das wir hier die ganze Zeit sprechen, die 24 Work-Hacks von ZipGate, habt ihr nach dem Lean-Startup-Prinzip des Minimum Viable Products geschrieben, tatsächlich. So wie ihr auch sonst arbeitet, habt ihr es auch bei diesem Buch gemacht. Da Philipp und ich ja Ende 2021 mit Erfolgsformel Hip-Hop auch unser erstes eigenes Buch herausgebracht haben, finde ich das super spannend, wie man diese Technik auch auf Bücher anwenden kann. Wie lief das ab? Ja, wie lief das ab? Also, weil wir ja so ultra schlau sind, haben wir uns hingesetzt und gesagt, so, jetzt schreiben wir mal ein Buch nach dem Lean-Startup-Prinzip des MVPs. Nein, sowas natürlich nicht. Zumindest nicht so richtig und auch nicht so richtig absichtlich. So, aber ich fange mal von vorne an. Und ich muss jetzt hier total aus dem Nähkästchen meiner lieben Kollegin Corinna erzählen. Ich war da nämlich nicht mit dabei. Die war da aber sehr, 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 sehr zentral am Start. Und Motivation für das Ding war, dass wir schon unsere Führungen durch die Firma hatten. Also, wo wir Leuten erzählt haben, wie wir so arbeiten, wenn die da waren vor Ort. Und diese Führungen, die hätten wir gerne in den Buchform gehabt. Und dann war Richard Sheridan da, hat von seinem Buch erzählt und hat unserem Chef Tim erzählt, dass er sich für sein Buch ein Jahr lang eingeschlossen hat. So, Standard. Kennt man ja irgendwie so von Autoren. Und Corinna und Tim dann so, äh, nee, nee, das geht nicht. Das muss doch irgendwie anders gehen. Klammer auf. Übrigens irgendwie ein sehr zentraler Umdenkmotivator bei SipGate. Das muss doch irgendwie anders gehen. Klammer zu. Und, ähm, Tim hatte sogar schon irgendwie ein rudimentäres Konzept dafür in der Schublade. Aber dann musste trotzdem noch der Zufall dazu kommen, um das Ding ins Rollen zu bringen. Nämlich, dass Tim bei einem Freund ein selbstgedrucktes Buch gesehen hat, das gut aussah. Und bis dahin kannte man wohl immer nur diese selbst zusammengefrickelten Dinger, die irgendwie nicht so richtig schön waren. Und damit gab es dann plötzlich einen Anbieter in den USA, der einen ästhetischen Prototypen eines Buches bauen konnte. Und damit wiederum gab es ein iteratives Buchschreiben. Das konnte möglich werden, sozusagen, iterativ ein Buch zu schreiben. Und sehr realistisch auch. Und die Motivation für dieses iterative Vorgehen war jetzt nicht, das ist halt agil und das macht man so. Und, ähm, weil man das so machen sollte, äh, machen wir das jetzt. Sondern die Motivation war, ein Jahr, seriously, die Zeit haben wir nicht, das geht nicht, das muss schneller gehen. Naja, und dann ging's halt auch schon los. Dann wurden Fotos ausgesucht, Texte geschrieben und so weiter. Und, ähm, ein erster Prototyp wurde dann 15 Mal ausgedruckt. Und an Leute in der Firma verteilt, die Bock hatten, Feedback zu geben. Ähm, eine Woche später wurden die Bücher dann wieder zusammengesammelt, vollgestickit von vorne bis hinten. Und dann waren da halt Feedbacks drin, äh, total unterschiedlicher Natur. Also von heißen Diskussionen über richtige Kommasetzungen, über Prinzipienreiterschaft aller, äh, das machen wir aber gar nicht so, sondern so. Und zwar nicht weil hmhmhm, sondern weil hmhmhm. Ähm, bis hin zu, ja, sieht mega aus, aber mach mal schwarz. Oder grün oder blau. Oder so. Und, äh, das Feedback, das wurde dann einfach eingearbeitet. Also, was heißt einfach? Es wurde eingearbeitet. Ähm, und der nächste Prototyp gedruckt und so weiter. Und, äh, vier oder fünf Iterationen hat's gebraucht. Äh, der Plan war, in zwei Monaten fertig zu werden. Gedauert hat's dann drei. Trotzdem immer noch neun Monate weniger als ein Jahr. Ähm, ach ja, und für den Titel gab's übrigens einen Open-Friday-Slot, äh, zum Thema, hey, wie soll eigentlich unser Buch heißen? Wo jeder mitreden konnte in der Firma, der Bock drauf hatte. Ja, und dann ist das Ding auch schon in den Auftrag gegangen und ist jetzt das, was es ist. Und ganz ehrlich, dass es mal so erfolgreich werden würde, konnte eigentlich keiner ahnen. Aber sagt das nicht weiter. Ja, vielen Dank an euch beiden. Immer wieder gut. Also, Tobias hat ja gar nicht frei, ne? Nee, stimmt. Jetzt, wo ich das gehört habe, fällt mir wieder ein, er hat sich ja mit Pia getroffen und, äh, sich mit ihr unterhalten. Von dem her, äh, euch beiden nochmal vielen Dank. Und an dieser Stelle natürlich der gewohnte Hinweis auf die 24 Work Hacks von Zipgate. Natürlich wie immer für euch kostenlos und frei verfügbar unter www.zipgate.de slash learnings minus podcast. Bitte alle runterladen, bitte alle teilen und empfehlen, damit sich das rumspricht und noch viele andere Unternehmen so gut werden wie Zipgate. Auch wenn man noch einen Adventskalender zum Beispiel zu Hause für den Freund oder die Freundin gebastelt hat und noch ein Türchen, Türchen fehlt, ja? Dann kann man auch das quasi mit diesem sensationellen Buch füllen. Also, lohnt sich. Ja. Ich gucke gerade auf den Tacho. Wir haben ja heute quasi den 23. und den 22. Dezember. Das heißt, ihr könntet noch zwei Türchen offen haben. Genau. Je nachdem, wann ihr diese Folge habt. Oder so ein Special gibt. So ein Special. Noch so ein Add-on. Ja, klar. So am 25. One more thing, Schatz. Weißt du, ich bin halt nicht so wie jeder. Ich mache halt 30 Tage an dem Kalender zum Beispiel. Ja, ist gut. Auch darüber könnten wir eine Folge machen. Auf jeden Fall. Zurück zu Tarek, denn ich habe es eben schon gesagt, About You-Gründer, ich denke, wir alle kennen Tarek Müller. Wenn nicht, dann ist irgendwie was falsch gelaufen. Gerade eben in 6PM investiert. 2018 wurde About You mit einer Milliarde Euro bewertet. Wir haben ja hier in diesem Podcast schon wahnsinnig viele Unternehmen und vor allem Unternehmensbewertungen besprochen. Deswegen haut uns das gar nicht mehr so richtig vom Hocker. Aber das ist definitiv außergewöhnlich. Und mit dieser Bewertung war About You auch das erste Einhorn aus Hamburg. Aus dieser wunderbaren Stadt da oben an der Elbe. Großartig auf jeden Fall. Seit Mitte dieses Jahres ist About You auch an der Börse. Ich glaube, im Juni war der Börsengang. Im letzten Geschäftsjahr hat About You einen Umsatz von 1,17 Milliarden Euro gemacht. Also auch das nicht schlecht. Ist inzwischen in vielen, vielen, vielen Ländern auch über Deutschland hinaus tätig. Alleine 2020 wurde in 13 weitere Länder expandiert. Insgesamt kaufen monatlich mehr als 30 Millionen Nutzer auf der Plattform ein. Also ich glaube, spätestens jetzt ist allen von uns bewusst, wie erfolgreich About You tatsächlich ist. Das heißt, du kaufst auch bei About You, nicht bei Zalando zum Beispiel? Witzigerweise wollte ich dir die gleiche Frage stellen, denn ich persönlich bin kein Kunde von About You und ich kann dir nicht mal so richtig beantworten, wieso. Ich bin irgendwann in die Fänge von Zalando gekommen und bin da auch Zalando, ich glaube Plus-Mitglied heißt das, so ein bisschen wie Amazon Prime. Da zahlt man dann jährlich, weiß ich nicht, ich glaube ein 30er. Ja, ja, irgendwie so was. Wenig und kann dafür aber richtig bestellen. Jede Abendlieferung, ja, da kommen die abends zwischen 19 und 21 Uhr. Ganz genau. Ja, ganz schlimm. Ist plus, ne? Ja, wir sind echt schlimm, dass wir das auch mehr natürlich auch noch prämiere. Ja, warum natürlich, ist die Frage halt. Eigentlich müssen wir Tarek unterstützen. Ich habe auch About You tatsächlich auch schon bestellt. Ja? Ja, genau. Weil wir hatten mal, ich habe ja mal in einer Werbeagentur in einer recht großen gearbeitet und hatten da den Account auch zu About You damals, als die angefangen haben. Und da habe ich eine Zeit auch mal bei About You bestellt oder zumindest verglichen und geguckt, was gibt es da noch anderes. Ja, aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Nein, um Gottes Willen. Das ist, ja, faszinierend. Ich hänge dann auch mehr bei Zalando tatsächlich. Warum auch immer, ist die Frage so ein bisschen. Vielleicht war es griffiger, einfacher Gewohnheit. Genau. Ja. Aber hier an der Stelle nochmal der Aufruf an alle Hörerinnen und Hörer, wenn ihr auch so wie wir hängen geblieben seid bei Zalando, gibt About You auf jeden Fall mal eine Chance. Spätestens jetzt, wo dieses tolle Unternehmen auch in Hip-Hop-Kultur investiert, haben wir vorhin gehört. Also zurück zu Tarek Müller, der, das vielleicht noch als letzter Funfact oder Randnotiz vom Forbes, als der vielversprechendste junge Unternehmer Europa bezeichnet wurde. Und da habe ich mich natürlich direkt auf die Suche gemacht und gefragt, was zeichnet denn den vielversprechendsten jungen Unternehmer Europas aus? Und da müssen wir einen kleinen Step zurück machen in seine Vergangenheit, quasi in seine Kindheit, wie alles begann. Denn der Kollege ist tatsächlich auch mehr Hip-Hop, als ich immer dachte. Denn der hat damals damit begonnen, Shishas zu verkaufen aus dem Haus seiner Eltern. Tatsächlich war das so das erste Business, das so richtig, richtig, richtig geknallt hat. Los ging es allerdings schon mit 13. Da wollte er so die Legende, man weiß es ja nicht, sowas wird ja im Nachhinein dann auch immer ganz gerne verkürzt dargestellt. Aber so habe ich es jetzt mitbekommen. Mit 13 wollte er mit Freunden zusammen ein Videospiel spielen. Problem waren die Serverkosten, Taschengeld reichte nicht. Also hat er Werbung geschaltet. Auf dem Server brachte sich selbst das Programmieren bei. Und so kam dann das eine zum anderen. Er baute immer mehr Webseiten, er optimierte diese, er monetarisierte diese und war dann im Prinzip mit 15 schon Unternehmer. Denn er meldete sein erstes Gewerbe an. Damals hat sein Vater noch unterschrieben. Klar, er war zu jung dafür. Und dann betrieb er in der Folge dessen Online-Foren, schaltete in diesen Foren Werbung, programmierte Suchmaschinen, optimierte Webseiten und so weiter und so fort. Also er war da wirklich sehr, sehr früh am Start, ist 1988 geboren. In Hamburg, zwei Jahre jünger als ich. Ich kriege bei sowas dann auch immer direkt Herzrasen, weil ich mir denke, Junge, Junge. Wahnsinn, ne? Du musst Gas geben, Philipp. Ja, auf jeden Fall. Forbes, ne? Wartet nicht lange. Genau. Tarek auf jeden Fall schon einige Kilometer voraus. Also 1988 irgendwie begonnen, war damals in den Anfängen des Internets dabei. Er hat programmiert, Foren, monetarisiert, haben wir gerade alles gehört. Und konnte dann noch, bevor er 18 wurde, mit seinen Unternehmen Jahresumsätze von über einer Million Euro verbuchen. Also da ging es nicht irgendwie nur um Killefit, sondern um richtig Asche. Und dann kam der Fall tatsächlich, weil ein chinesischer Händler nicht lieferte. Ja, also er musste damals in Vorkasse gehen. Ich weiß ehrlicherweise nicht genau, was damals der Deal war oder was er dort kaufen wollte. Aber er ging in Vorkasse. Die Chinesen haben nicht geliefert. Und er stand von heute auf morgen als damals noch 17-Jähriger vor einem großen Schuldenberg. Also ein großes Auf und Ab in einem Alter, in dem wir irgendwie noch bei ganz anderen Themen unterwegs waren. Und das, was ich da bemerkenswert finde, ist zum einen, es gibt kein Mindestalter, auf das man warten muss, um Unternehmer zu werden. Ich glaube, das bilden sich oder reden sich immer noch viele ein. Ich bin noch jung und ich muss noch nicht und ich studiere jetzt mal und ich mache erst mal Party. Und dann mache ich noch mal Party und dann studiere ich noch mal und dann bin ich irgendwann 31 und bin Junior in irgendeiner Company und ja, das kann ja alles noch kommen. Ja, diesen Weg kann man gehen. Ich glaube aber, wenn man wirklich, 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 wirklich Karriere machen möchte und wenn man dieses Unternehmertum und diesen Unternehmergeist in sich trägt, dann kann man das durchaus auch schon in jungen Jahren machen. Ich hatte damals auch den einen oder anderen Gehversuch, lange nicht auf dem Level von Tarek, Party veranstaltet, kleines Label gegründet und gemacht und getan und habe damals schon gemerkt, Mensch, das kickt mich irgendwie und das finde ich richtig gut und mindestens genauso wichtig, wenn nicht gar wichtiger, eigne dir deine Fähigkeiten selbst an. Also so wie es Tarek gemacht hat, sich das Programmieren selber beizubringen, also autodidaktisch an diese Dinge heranzugehen und eben nicht darauf zu warten, dass dir jemand etwas beibringt. Ich glaube, wer wirklich, 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 wirklich Karriere machen will, ist da auch so ein Stück weit in der Hohlschuld, um mal dieses Wort zu nehmen. Das heißt, YouTube, Bücher, Filme und so weiter und so fort. Ich selber habe auch niemanden in meinem Umfeld, der mir heute erzählt, er wäre wegen der Schule oder der Uni so erfolgreich geworden, sondern das sind ganz andere Faktoren, nämlich eben zum einen Mentoren, Mentorinnen und zum anderen eben frei zugängliches Wissen im Internet. Egal ob jetzt Wikipedia oder Google oder Instagram, da hat natürlich jeder seine Kanäle und genau zu diesem Thema, also zum Thema Schule und Lernen und Bildung hat Tarek Müller in der Gründerszene mal gesagt, Zitat, mich hat es genervt, in einem Klassenraum eingesperrt zu sein und mir Dinge ohne praktischen Bezug anzuhören, die ich auch schnell selbst googeln konnte. Ja, absolute Zustimmung und ebenfalls bemerkenswert ist, wie er dann damals nach diesem Rückschlag mit 17 zurückkam, denn er holte sich entsprechend Tipps von Geschäftsführern und holte sich Mentoren, statt dann nochmal zurück irgendwie an die Schule oder in die Uni zu gehen. Und einer seiner größten Vorbilder war, halte ich fest, Stefan Kolle, den wir natürlich auch alle aus der Werbewelt kennen, einer der wichtigsten kreativen Köpfe unserer Branche gewesen. Ja, leider. Muss man an der Stelle leider dazu sagen. Er war auf jeden Fall einer der größten Mentoren von Tarek und zu dem Thema sagt er dann auch, mein Dozent war Wikipedia, meine Uni war Google. Auch da kann ich mich extrem mit identifizieren. Ich hatte mal eine Folge mit Tobias, wo er mich nach Buchtipps fragte und habe ich ihm gesagt, meine Bibliothek ist YouTube und ich könnte ihn jetzt spontan ganz viele YouTube-Clips nennen, aber eben keine Bücher. Man kommt sich da ja immer schnell so ungebildet und unbelesen vor tatsächlich, weil eben das gesellschaftliche Bild immer noch das ist, man muss auf jeden Fall viel lesen und viele Bücher lesen und wie, du kannst mir hier nicht deine Lieblingsfünf Bücher nennen irgendwie. Ja, das finde ich auch schon echt schlecht. Ist ein bisschen antiquiert, ne? Überholt. Nee, dass du die nicht nennen kannst. Achso, das ist ja. Ja, guck mal, von allen Seiten kriegst du sie hier. Und damit bin ich im Prinzip für den Moment erstmal durch. Also das fand ich sehr, sehr bemerkenswert, ne? Nicht irgendwie auf Schule und Uni und Dozenten hoffen und warten, sondern selber Gas geben, dir selber Dinge beibringen und eben YouTube, Instagram, Google, Wikipedia und Co. als die Quellen für Wissen anzapfen und ja, das finde ich super. Und man sieht ja an seinem Beispiel, das kann funktionieren. Er hat auch nie studiert. Auch da, ne? Das ist das zweite Ding neben diesem, ich lese wenig Bücher, habe ich ja tatsächlich auch keinen Uniabschluss und fühle mich damit auch immer so wie der eine unter vielen und wie so ein Exot im Jahr 2021. Aber sowohl Tarek als auch der bescheidenen Philipp Böndl haben keinen Hochschulabschluss und trotzdem irgendwie so halbwegs was auf die Reihe bekommen. In diesem Sinne, Frage an dich, wie stehst du denn zu diesem Thema Schule, Uni versus Wikipedia und YouTube und vor allem da natürlich eine sehr charmante Brücke zum Thema Mentoren, Mentorinnen, denn da bist du ja auch sehr umtriebig. Absolut. Also da triffst du natürlich mit dem kompletten Thema von vorne bis hinten in mein Unternehmerherz sozusagen. Also ich glaube auf vielen verschiedenen Ebenen. Also zum einen aus persönlicher Erfahrung, bei mir war das glaube ich ähnlich wie bei dir auch. Ich habe zwar nicht in der Garage wie im Silicon Valley gesessen und irgendwelche Handys umprogrammiert. Wir haben mal ein Rasenmäher umgebaut, mein Bruder und ich. Das war ziemlich cool in so ein kleines Auto. Egal. Ist das gefahren auch? Ja, das ist auch gefahren. Geil. Irgendwie, wir waren noch ziemlich klein. Ja, so ein alter Rasenmäher irgendwie. Das heißt, du bist eigentlich Daniel Düsentrieb? Eigentlich schon, genau. Oder wie gendert man das? Düsentriebin? Daniela Düsentrieb? Keine Ahnung. Stimmt, ja. Nein, aber also was ich damit sagen will, ist einfach, ich habe auch immer schon ganz, ganz viel ausprobiert. Habe irgendwie vor fünf Jahren gedacht, ich brauche eine Website, eine eigene, als ich meine Coaching-Ausbildung gemacht habe und habe dann in den Weihnachtstagen einfach mir ein bisschen YouTube angeguckt, wie man WordPress nutzt und habe dann eine eigene Website mir gemacht. Klar, das ist anstrengend, weil man muss sich irgendwie da durchfuchsen, aber es ist halt alles sehr, also für mich hat das alles immer sehr viel mit Logik zu tun. Und Google ist ja sehr, sehr einfach. Also man kann ja sich alles ergoogeln, man muss halt nur ein bisschen Grips haben und wissen, was man dann googelt. Und genau das sagt Tarek ja. Also von daher, ich glaube, Ambitionen, dranbleiben, Biss haben, also ich glaube, das sind so Eigenschaften einfach, die dich da hinbringen können, irgendwann mal selber zu gründen oder auch einfach mit Unternehmergeist in Corporate, also in Unternehmen zu arbeiten. Also da haben wir ja wieder dieses Entrepreneurship versus Intrapreneurship. Also du kannst ja auch Unternehmer in einem Unternehmen sein, musst ja nicht immer gründen. Das zweite ist Mentoren. Ich habe von ganz früh an immer aufgeschaut zu Menschen, die mich inspiriert haben und war, heute kann ich das, glaube ich, mit sehr viel Selbstbewusstsein sagen, sehr mutig und bin auf die zugegangen und habe halt gefragt, hey, willst du mein Mentor sein oder so? Und habe dadurch ganz, ganz tolle Menschen, die mich in den letzten 15, 20 Jahren einfach begleitet haben, gechallenged haben, mal in Phasen sehr eng, mal in Phasen sehr weit. Und das ist wirklich was, wo ich auch, wenn ich zum Beispiel Jugendliche oder auch junge Erwachsene gesehen habe, die einfach aus meiner Sicht sehr viel Potenzial haben, das auch genutzt habe und gesagt habe, hey, wir können eine Mentorenschaft aufbauen und die gefördert habe. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Also das zu deinem Thema Mentoren. Ich glaube, das ist das A und O, Menschen um sich zu haben, von denen man aus Erfahrungen lernen kann, die man aber auch in Konfliktsituationen fragen kann. Hey, wie gehe ich damit um? Weil das kann dir Google, da kann, das kann dir Google sagen, aber das ist was anderes, wenn du es persönlich irgendwie mitbekommst. Und das Dritte ist natürlich mein Beruf. Wir bei Next Entrepreneurs machen ja nichts anderes, als letztlich ein bisschen das Schulsystem zu hacken, indem wir in Schulen gehen und quasi Unternehmertum, Innovationsmanagement, Kindern und Schülern beibringen und sagen, hey, mach doch mal alles ganz anders, entwickel doch mal Ideen, baue mal Prototypen. Und da sind dann Kinder und Jugendliche und da fällst du wirklich um. Nach irgendwie zwei Tagen Workshop kommen mit ihren zwölf Jahren mit Prototypen für irgendwie neue Handys, Websites, einen Kleiderschrank, der dir Kleider morgens rausgibt, also mit einem Algorithmus hinter und so. Die kommen auf Ideen, da stehst du und denkst so, du kannst jedes Innovationsteam in Unternehmen eigentlich killen, die mit großen Kosten verbunden sind. Nimm einfach junge Leute, Gen-Sila und die sagen dir genau, was abgeht. Und die bauen dir in ein paar Tagen Prototypen, ob das dann funktioniert oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber das ist einfach genau wie so ein Tarek Müller, ganz, ganz jung, einfach Dinge ausprobieren und das erleben wir im Alltag. Das haben wir jetzt in den letzten acht Wochen, wir waren glaube ich an sechs, sieben Schulen in ganz Deutschland und haben Workshops gemacht, genau mit diesen Themen. Und dann sind da out of 30, also aus 30 Schülern sind immer ein, zwei, wo du sagst, geil, die werden mal groß, die werden mal die nächsten Tarek Müllers und Philipp Bündels. Nein, um Gottes Willen, bitte nicht in einem Atemzug nennen. Noch kurz zum Thema Mentoren, Mentorinnen. Ich glaube, dass es auch für einen selbst sehr erfüllend sein kann, diese Rolle einzunehmen. Ja, genau, das meine ich ja, das habe ich ja dann auch quasi gemacht. Ich glaube, es gibt wenig Schöneres, als sein Wissen zu transferieren und zu übertragen und zu sehen, wie sowas dann irgendwie weiter wächst und weiter verbreitet wird. Genau. Und Reverse Mentoring. Ich weiß nicht, ob dir das mal begegnet ist, also quasi umgekehrt, also zu sagen, ich lerne einfach von den jungen Wilden sozusagen, also nicht andersrum, sondern das habe ich mal zwei, drei Jahre gemacht, auch noch in der Agentur mit einer ganz, mit einer jungen, ganz ambitionierten, mit einem Mädel quasi. Und die hat dann immer digital Material aufbereitet, alle paar Wochen mit mir geteilt. Die war viel, viel mehr in der Materie drin. Ich habe da ganz viel gelernt, konnte ihr meine Erfahrung aus dem Alltag, aber aus der, ich sage mal, Unternehmerwelt mitgeben. Und das ist was, was jetzt in Unternehmen auch tatsächlich in den Transformationen viel eingesetzt wird. Reverse Mentoring. Also die Alten, die Alten, ja. Du warst die Alte in dem Fall. Ich war die Alte in dem Moment. Lernen von den Jungen. Und jetzt kannst du es ja noch weiter hochtreiben. Also sagst du, okay. Und was hat sie dir dann beigebracht? Naja, sie hat mir die neuesten Trends aus der Tech-Szene quasi mitgegeben. Ich konnte immer Schlaubi schlumpfen in allen Meetings, weil ich den neuesten Scheiß dabei hatte. Habe das selber nie recherchiert, sondern hatte halt letztlich sie, die mir quasi das nicht, also nicht zugearbeitet, sondern sie hat das mit mir geteilt. Wir haben darüber gesprochen, in welchen Szenarien kann man das einsetzen oder nicht. Und da habe ich ja von ihr ganz viel mitbekommen, mitgelernt einfach. Weißt du, was ich meine? So ein bisschen dieses Umgedrehte. Auch spannend. Und das wird viel, also es sollte viel mehr eingesetzt werden. Ja, finde ich total gut. Also auf beiden Ebenen Mentoring. Heißt, wir einigen uns ab sofort darauf, weniger Augenmerk auf die Schule? Also natürlich muss man am Anfang Gas geben und die ganzen Basics mitbringen. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Ich glaube auch ein Abitur hat noch keinem geschadet. Nicht mal mir. Und selbst im Abitur gibt es Alternativen. Aber dann Hochschule? Ach, weiß ich gar nicht. Also ich habe immer einen Wissensdurst gehabt und deswegen dann nach dem Bachelor auch noch einen Master gemacht. Und das fand ich total super, weil man auch so gezwungen war ein bisschen, sich mit bestimmten Dingen tiefer zu beschäftigen. Und das fand ich total gut. Deswegen habe ich eine Coaching-Ausbildung damals noch gemacht, noch mal wieder in die Materie einzusteigen. In einem Kontext, der dich aber auch so ein bisschen zwingt und dir einen Rahmen setzt. Und ich glaube, nicht jeder Mensch ist aus Eigenmotivation sehr diszipliniert, sondern braucht das, dieses Setting. Und manche brauchen eben das Schul-Setting. Manche brauchen ein Universitäts-Setting. Und das ist auch total in Ordnung. Also ich würde nicht sagen, keine Uni mehr. Es gibt großartige Unis. Aber man darf seine eigene Bildung, sein eigenes Wissen, seine eigenen Fähigkeiten nicht anderen überlassen und darauf warten, dass sie einem angeeignet werden, sondern man muss sich selbstständig darum kümmern. Ja, das heißt Learning für heute. Man hat Zugang zu unendlichem Wissen. Du alleine bist verantwortlich für den Wissensvorsprung, den du dir aneignest. Ich freue mich sehr über diesen Blog. Vielen Dank für deinen Besuch. Noch ein kleiner Fun-Fact, mit dem ich dich hier aus dieser Folge entlassen möchte. Und zwar hat Tarek Müller mal gesagt, er möchte so viel Gas geben, dass er nach zehn Jahren aussteigen kann. Ja, das ist geil, oder? Wow, das sage ich nur wow. Aus allen. Tarek, wir werden das beobachten. Die zehn Jahre laufen, glaube ich. Auf jeden Fall. Und in zehn Jahren treffen wir uns wieder zu diesem Podcast und gucken, ob das funktioniert hat. Dir vielen, vielen Dank. Euch auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer, wenn ihr Kommentare, Fragen, Anmerkungen, Kritik habt, postet es bei LinkedIn oder bei Instagram oder schreibt uns eine Mail. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder am Mittwoch. Nein, denn wir machen eine kleine Pause tatsächlich, denn wir entsenden auch uns in wunderbare Weihnachtstage. Du hast recht. Und wollen euch an dieser Stelle, ja, du bist einfach im Workaholic Life. Erholsame Weihnachtstage. Hört euch nochmal durch unsere Podcasts durch. Wir danken euch für dieses großartige Jahr, für alle Kommentare, für Feedbacks, für Leserbriefe, für Liebesbriefe. Nein, Spaß. Für alles, was da von euch gekommen ist, dass ihr uns unterstützt, dass ihr das einfach pusht und Learnings-Hörer und Hörerinnen seid. Wir freuen uns jetzt schon aufs nächste Jahr mit euch. Gebt uns nach wie vor, wie Philipp gesagt hat, Feedback. Wahnsinn, das Jahr ist ja vorbei. Jetzt, wo du diese Ansprache gehalten hast, denke ich mir, sie hat natürlich völlig recht. Wir machen eine Woche Pause und es ist Weihnachten und das Jahr ist vorbei und wir hören uns wieder im Januar. Ja, wir resümieren. Unglaublich. Und steigen dann mit euch zusammen wieder ein am 5.1. Großartig. Ich hätte es nicht besser sagen können. Vielen Dank, Joana. Vielen Dank an euch. Alles Gute. Einen guten Rutsch. Bis dahin. Ja. Tschüss. Tschüss.